Was geht ab Leute, Zeit hier, in diesem Video mache ich etwas besonderes und zwar zeige ich euch ein paar Kämpfe von Kampfkünstlern gegen Kampfsportler. Damit meine ich nicht Fake-Kampfkünstler, die einem weismachen wollen, nicht geschlagen werden zu können und übermenschliche Fähigkeiten haben. Darüber werde ich ein gesondertes Video machen. Ich meine richtige Kampfkünstler wie Tai-Chi-Meister und richtige Kampfsportler. Persönlich komme ich aus dem Kampfsport und ich bin auch der Meinung, dass Kampfsport viel effektiver im richtigen Kampf ist als Kampfkunst. Was ist der Unterschied zwischen Kampfsport und Kampfkunst? Während bei Sportarten wie Boxen, Kickboxen oder MMA die Leistung und der Wettbewerb im Vordergrund steht, gibt es in der Kampfkunst keinen Wettbewerb. Es wird von Angreifern ausgegangen und wie man sich in Angriffssituationen schützt und selbst verteidigt. Außerdem steht auch oft die innere Ruhe bzw. die Philosophie der Kampfkunst im Vordergrund. Was passiert also nun, wenn wir einen Kampfkünstler gegen einen Kampfsportler antreten lassen? Wer wird sich durchsetzen? Ich habe einige Kampfszenen mir ausgesucht und zeige die euch. Natürlich wird es nicht für alle Kampfkunst gegen Kampfsport-Szenarien genauso aussehen. Doch was man bei diesen vier Ausschnitten sieht, ist doch sehr deutlich. Im ersten Kampf haben wir einen Tai-Chi-Meister, der in China gegen einen Kickboxer kämpft. Der Kampf startet und mit dem ersten Schlag geht der Tai-Chi-Meister zu Boden. Mit dem allerersten Schlag geht der Tai-Chi-Meister K.O., da er keine Deckung hat und von der Explosivität des Kickboxers überrascht wurde. Shu Xiaodong ist ein ehemaliger MMA-Kämpfer aus China und er hat die Mission, Fake-Kampfkünstler aufliegen zu lassen und generell die Effektivität von Kampfsport zu demonstrieren. Hier kämpft ein Wing Chun-Meister gegen einen MMA-Kämpfer und meiner Meinung nach ist Wing Chun noch effektiver als Tai-Chi. Man greift mit seinen Fäusten an, aber man sieht auch hier, dass der physisch überlegene MMA-Kämpfer mit allen Waffen angreifen kann und den Wing Chun-Kämpfer einfach überrumpelt. Auch in seinem Kampf gegen einen vermeintlichen Kung-Fu-Meister sieht das Ganze nicht gut aus für den Kampfkünstler. Er erleidet einen Cut und wird vom MMA-Kämpfer vorgeführt. Und fürs Ende habe ich mir eine der bekanntesten Kampfszenen ausgesucht, Shu Xiaodong gegen einen Tai-Chi-Meister. Die beiden fangen an, der Tai-Chi-Meister geht in seine gewohnte Stellung, aber der MMA-Kämpfer ist zu explosiv, überrumpelt den Tai-Chi-Meister und der Tai-Chi-Meister geht in wenigen Sekunden K.O. Die Moral des Ganzen. Im Kampf sind Kampfsportler einfach im Vorteil. Die Königsdisziplin, das MMA ist hier die effektivste Kampfsportart. Die Fähigkeit den Kampf dorthin zu verlagern, wo man will und überall Fähigkeiten zu haben. Mit diesem Video will ich Kampfkunst keinesfalls schlecht reden. Vielen Menschen hilft die Kampfkunst ruhiger zu werden und ihre innere Mitte zu finden. Auch helfen Kampfkünste sicherlich sich selbst zu verteidigen, aber gegen Kampfsportler wird es sehr schwer. Was ist eure Meinung zum Ganzen? Und wie steht ihr zum Unterschied zwischen Kampfkunst und Kampfsport? Schreibt mir das in die Kommentare, checkt unbedingt die qualitativ hochwertigen Supplements von Hype Supplements aus. Link ist in der Infobox und damit Leute bis zum nächsten Mal, euer Side.